Sobald der Auftrag vom Kunden erteilt wurde, beginnt die Planungsphase. Da der Auftrag eilt, ruft der Meister sofort seinen Gesellen an und bittet ihn zum Kunden zu fahren. Hallo Michael, ich bin's. Der Elektromeister teilt dem Gesellen das Problem und die technischen Daten der Maschine mit. Guck mal, ob ich die Sachen dabei habe. Ja, Kabel sieht gut aus. Ja, Stecker habe ich auch. Der Geselle stellt fest, dass er die benötigten Materialien im Firmenfahrzeug mitführt und begibt sich direkt zum Kunden. Hiermit ist die Planungsphase abgeschlossen.